Einen wunderschönen Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schöne Sendung. Alles aus dem Meer. Fisch und Meeresfrüchte werden wir heute verkochen. Unter anderem mit Alfons Schubeck, mit Ali Güngermüs, mit Alexander Herrmann, Johannes King und Stefan Marquardt. Du hier. Gleich als Erster heute. Ja, Letzte. Alles gut? Alles gut. Ja, es läuft. Ich freue mich heute sehr auf die Sachen aus dem Meer. Ja. Ein schöner Rhein. Fisch, Fisch. Das ist ja dein Thema heute, ne? Ja, genau. Ich bin toll, dass ich mich. Dreimal, ne? Dreimal. Dreimal Volltreffer. Ja, schön, dass Sie da seid. Herzlich willkommen. Wunderbare Stimmung hier im Studio. Und gehen jetzt einfach mal direkt rein in die vollen Vorspeisen-Position. Und wie sollte es anders sein? Ein typisches Fischland Bayern. Dann Alfons Schubeck ist bei uns. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Schöne Fische bei euch, Alfons. Nicht so warm wie der heutige Jahr. Ist die auch so warm? Guck mal. Aber nein, im Herbst sind Tage, die sind einfach warm. Ja, mir ist es wirklich wahnsinnig warm. Es ist ein warmer September-Tag, muss man sagen. Aber man spürt es ja richtig. Ja, ne? Ja, ich auch. Er gibt diesen schönen Satz in Stonk. Auch der Herbst hat für mich noch schöne sonnige Tage. Sagt Christiane Hördiger zu Götz-George. Aber das tut jetzt nichts zur Sache, Alfons. Was kochst du uns? Du hast jetzt mich gemeint. Nein, nein, nein. Natürlich. Du bist in der Jugend des Alters und ab 90 halbtags. Ich weiß. Und machst du uns eine Booyabees? Ja, Fischsuppe. Also im Grunde ist es ja so, vielleicht ein Trick bei der Fischsuppe. Früher hat man das ja so gemacht, die Booyabees entstanden ja so, dass die kleinen Fische, die kleinen Schwanzerl da, die hat man einfach in einen Topf geschmissen, hat sie gegart. Und das war im Grunde, was ein arme Leute essen, wo Gemüse drin war. Wer es sich leisten konnte, Safran wird da vielleicht nichts. So zu Hause werden es aber. Wer es sich leisten konnte, hat ein bisschen Safran, Knoblauch, all diese Dinge. Kräuter waren da drin. Und jetzt wird es natürlich hin und her verfeinert. Man kann diese Fischsuppe genauso gut mit einer Forelle machen, mit einem Zander machen, mit einem Waller machen. Man muss jetzt keinen Hummer oder solche Dinge haben, sondern das geht mit ganz normalen Fischen. Entscheidend ist, dass der Fisch frisch ist. Und ich mache es so, ich gare den Fisch nicht in der Brühe, sondern ich brate ihn jetzt an, glasig, leg ihn ein und gebe dann, die heiße Brühe drüber, sodass die Brühe auch ihre Persönlichkeit behalten kann. Denn wenn du jetzt den Fisch da drin garst, dann nimmt die sehr stark, es kann ja mal sein, dass der eine oder andere einen Fisch hat, der schon etwas reifer ist, dann nimmt die sehr stark diesen Geschmack, dann ist es eigentlich schade um diese Brühe. Das ist wahr. Und ist es auch wahr, dass die beste Bouillabes angeblich, ich habe das hier in meinen Unterlagen stehen, irgendwo an der Côte d'Azur in einer ganz bestimmten Bucht gekocht wird? Habt ihr von der schon gehört? Ich leider nicht. Alex? Ich habe es mal gehört, aber ich kann es jetzt nicht mehr genau reflektieren. Irgendwo in der Nähe von Saint-Tropez angeblich. Johannes, weißt du da mehr? Ja, bei Porquerolle ist das. Porquerolle ist so eine kleine vorgelagerte Insel von Marseille und da kommt eigentlich die Brühe bis her. Ah, da kommt die her? Da kommt die her. Okay, da warst du aber nie. Also ich war schon dort. Ja? Ich war wirklich schon dort. Und ist die wirklich so gut und wie machen die die? Das ist, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten, aber so die typisch französische, viele kleine, also zwei Varianten gibt es. Das eine ist im Fischfond, also in der Brühe drin ziehen lassen, das andere ist das anbraten und anrösten, damit man möglichst viele kräftige Aromen auch hat. Und dann gibt es die zwei Varianten mit einer starken Safran-Einbindung oder die mit einer etwas orangen-lorbeer-lastigen Geschichte. So, und wir sind heute in der Safran-Anbindung unterwegs. Ja, ein bisschen beides. Ja, ein bisschen beides. Und vielleicht auch als Tipp, wenn man sich mit dem Safran ein bisschen verhaut hat, das ist ja zu bitter, dass man zu viel reingegeben hat. Das Safran ist ja wasserlöslich, das sieht man, wenn es dem Fett auflöst, geht er gar nicht raus. Dann immer ein bisschen Orangenschale dazu und dann kommt er wieder viel fruchtiger, viel milder raus. Auch mit dem Knoblauch kann er es sehr gut. Und ich mache dazu so eine Rui, also so eine Knoblauch-Mayonnaise, wo ein bisschen Kartoffelpüree drin ist. Und ich mag das, dass die Knoblauch-lastig ist. Deswegen brate ich jetzt hier das Fleisch ein bisschen an und gebe dann noch diese Rui drauf. Die kann man dazu essen, man muss sie aber nicht dazu essen. Du meinst das Brot. Das Brot brate ich an. Und dann gebe ich die Soße drauf. Okay, also da freuen wir uns auf eine richtige bayerische Bujavis. Alphons Schubeck, meine Damen und Herren. Und begrüßen, heute geht es aber richtig los hier. Schau mal, du mixt da drüben, überall wird gemixt heute. Ich komme mal rüber auf die Seite dann, oder bist du schon fertig? Okay. Und begrüßen sehr, sehr herzlich Ali Güngermöß, meine Damen und Herren. Der uns macht Ali eine, Sardinen, schöner Fisch mit Gamba-Calamaretti-Füllung und Tomaten-Fregola-Sarda-Ragout. Habe ich das richtig ausgesprochen? Das sagst du perfekt ausgesprochen. Nee, das ist perfekt. Was ist das? Fregola-Sarda, das sind sardische Nudeln, sagt man nicht so. Sardische Nudeln sind hier Hartweizen aus Hartweizenmehl und Wasser wird das gemacht. Und dann wird das im Ofen geröstet. Und dann setzt du das einfach nur in Brühe oder Wasser. Ja, du musst einfach kochen, das dauert ungefähr so 20, 25 Minuten. Und der schmeckt so leicht, hat so einen leicht gerösteten Aroma und du kannst alles dazu kombinieren. Ist das Hartweizen? Hartweizen, ja, ja, Hartweizen. Und die werde ich dann nachher so ein bisschen im Tomatenfond garten. Schmeckt sehr interessant, wir schon sehen. Leider ist es hier in Deutschland noch nicht so richtig bekannt. So, und dazu mache ich eine Sardine. Ich habe hier so, es gibt ja Sardinen und Sardellen. Sardinen ist ja die größere Variante. Sardellen ist ja auch besser bekannt. Aber ich finde, auch daraus kann man auch schönes machen. Aber unterschätzt auch, finde ich, oder? Ja, ja. Sardine kennt man eigentlich bei uns hier in Deutschland eher in der Dose. Ölsardine, sagt man dazu. Aber nachher kommt auch diese schlechte Image. Das ist ein super Fisch. Das hätte ich hier. Also ich habe das im Restaurant festgestellt, dass viele Leute sagen, Hermann, Sardine kann ich nicht essen. Ich wurde als Kind in Anführungsstrichen so am Familientisch immer gequält. Ich musste sie aufessen. Also manchmal habe ich den Eindruck, dass es da einfach schlechte Erinnerungen gibt. Aus einer Zeit, wo man noch nicht ganz so freundlich war am Essentisch in der Familie. Das weiß ich nicht. Ich verstehe. Das ist länger vor mir her. Und ich glaube, es ist auch sehr arbeitsoffen. Du musst schon ein bisschen die Gräten schon ganz fein putzen und so weiter. So ist es nicht. Das hat auch vielleicht das schlechte Image mit Bunte und Gala zu tun, diese Prominenten, die zur Eröffnung einer jeden Sardinenbüchse dann auch sofort erscheinen. Und das in Sardinenbüchse dann muss man natürlich sagen, das will man ja auch nicht. Also ich nehme die Mittelgräte raus und dann mache ich mir eine Füllung aus hier so Schalotten, Knoblauch, bisschen Gamba, Calamaretti, die werde ich kurz mit anschwitzen und dann werde ich sie füllen, zu klappen und dann kommt oben drauf nochmal ein bisschen Masse und dann habe ich hier so Kräuterbrösel. Was ist das hier? Das ist Midepan, also Brotbrösel mit Petersilie, Estragon, Bohnenkraut und Rosmarin gemixt, dann wird es sehr grün und damit werde ich die gratinieren. Oh, aber fein, fein. Ja, riechst du die Aromen? Ja, ja, ja. Sardinen, Sardinen hat einen starken Eingeschmack, also zu Sardinen kannst du schon auch etwas, also starke Aromen nehmen, ja, oder Gewürze oder Kräuter nehmen. Und der, hier, der, der, der Calamart geht ja da nicht völlig unter, das ist ja geschmacklich relativ neutral. Calamart, ja, aber Gamba unterstützt das Ganze nochmal. Du wirst schon sehen, das ist, es schmeckt, ähm, also, wie so Mehresrüchte in so einem Frisch gegart. Also, ich bin sehr gespannt, äh, viel Arbeit, ne, so, was du, was du hier gerade machst, finde ich. Tja, wer nicht wagt, der gewinnt nicht, ne? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ali Günger-Mös, meine Damen und Herren. So, und jetzt freue ich mich. Auf einen Hauptgang von Alexander Herrmann. Herzlich willkommen nochmal, Alexander. Der. Sag mal, hast du da einfach eben Knoblauch unterm Tisch verschwinden lassen, so unauffällig? Charlotte. Charlotte, ja. Ein, äh, Charlotten-Abschnittstück ist mir runtergefallen und ich wollte mich jetzt nicht wegbücken. Ja. Und hab's mit gekonnten Übungen mit dem Fuß so runtergeschossen. Lässig, ja. Aber das ist in der Küche sehr bekannt, oder? Nein, 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 nein. Gerne in der Küche, der Koch macht gerne so, ne? Nein, das macht keiner. Alles, was unterfällt einmal. Nein, das macht keiner. Alles Straßenfußballer. Alles Straßenfußballer. Das ist der Balletilie. Das ist bei jedem anders. Ja, ja. Das ist bei jedem anders. Guck mal, ist da gleich beleidigt, ne? Dann geht's direkt los. So, Alexander, gebackener Seeteufel-Bäckchen. Äh, wie muss man sich das vorstellen? Ganz klein, oder ist das etwas, was das Wort Bäckchen oder sogar Backe verdient? Die sind sogar jetzt noch mittelgroße. Also es gibt auch noch größere Bäckchen. Man sieht hier so ein bisschen diese Maserung, diese Struktur. Der Seeteufel hat ja einen unglaublich breiten Kopf. Und dementsprechend braucht er natürlich auch Kraft, hier richtig zuschnappen zu können. Und hat entsprechend starke Muskulatur. Ja, und das ist, gut, die musst du schon braten, pochieren, ist ein bisschen fad. Und am besten noch backen, weil die brauchen auch was Herzhaftes. Die sind auch von der ganzen Struktur, von der Maserung her so, dass sie jetzt nicht an Eleganz das Ganze überzeugend rüberbringen, sondern eigentlich vom Produkt her selber, weil es eine andere geschmackliche Tiefe hat. Und du machst uns, Alexander, haben wir genau zu, Ali, gebackende Seeteufel-Bäckchen mit Schmor-Zitronen-Vinaigrette. Ich glaube, das ist mit Abstand das längste Wort, das wir in der Sendung hatten. Schmor-Zitronen-Vinaigrette und Safran-Kartoffel-Stampf. Oh, das ist schon sehr lecker. Schmor-Zitronen-Vinaigrette. Und Safran-Kartoffel-Stampf. Schmor-Zitronen. Ah, okay, warm gemacht? Ich habe einfach Hagelsalz genommen, diese Zitronen draufgesetzt. Hagelsalz? Ja, also dieses grobe Salz. Heißt so, ne? Ja, also nicht mehr Salz, das ist ja meistens feiner und das hält nicht ganz so lang aus. Und das ist ja richtig grobkörnig. Und in die Auflaufform reingegeben und dann hier diese Zitronen einfach draufgesetzt. Und 160 Grad, 25 Minuten Umluft. Und jetzt ist es im Grunde geschmort. Vielleicht können wir das mal zeigen. Ich kann es mal anschneiden. Und dann braucht er nur ein ... Und dann machst du damit was? Eine Vinaigrette? Ja. Auf Basis dieser angeschmorten Zitrone? Weil die anders schmeckt. Man muss sich vorstellen, in dem Moment, wo die ja schmort, verändert sich dieser Säurehaushalt in der Zitrone, weil die ja mal warm war. Das mildert die Säure. Allerdings wird sie auch intensiver, weil durch diese weiße Trennschicht und ein bisschen von der Schale mehr Geschmack reinkommt. Also sie wird herzhafter. Okay. Aber wird es auch süßer dann? Nein, nicht wirklich süßer. Aber einfach nicht so sauer? Wenn ich jetzt da so hindrücke, dann kommt da auch wesentlich mehr Saft raus. Und dann kommt auch dieses gegarte Fruchtfleisch im Grunde mit raus. Das kann man auch mitessen. Schau, da ist das komplett leer. Und wir können ja mal den Unterschied machen. Einfach mal diese geschmorte Zitrone mal probieren. Und dann sowas mal probieren? Mal eine frische, ja. Hab ich hier, ne? Ja, das ist ein Löffel für mich. Den habe ich falsch rum angefasst, aber das ist deiner. Also wenn man jetzt einfach mal sagt ... Wir haben, weißt du, ich habe eine bessere Idee. Wir haben vorne in Reihe 1 eine hochschwangere Frau sitzen. Ja, super. Und es ist in jeder Sekunde damit zu rechnen, dass das Kind kommt. Und wir sollten sie mit Vitaminen versorgen. Jetzt weiß ich nicht, wie wir das zur hochschwangeren Dame hinkriegen. Einfach hingehen. Wie findest du das? Wie findest du das? Die Idee finde ich grundsätzlich gut. Ja, komm. Ich nehme noch einen zweiten Löffel mit. Ja komm, schaffst du. Okay. Und jetzt sagt uns mal ... Freunden Sie gerne, ich soll mir wieder abhauen. Essen Sie überhaupt Zitrone? Sehr gerne. Im Moment? Ja. Ja, Sie essen ja eh alles im Moment wahrscheinlich. Ich weiß, vielleicht können Sie es nicht genau erklären, wie der Unterschied sich darstellt. Aber Sie können es ja mit der Mimik machen. Das ist jetzt die geschmorte Zitrone, okay? Die ist wie sauer. Mh, herrlich. Und das ist jetzt die natürliche Zitrone, gepresst vom Star. Danke. Von wem? Mr. Alphons. Das reicht. So viel Vitamin C braucht die Dame. Ah, man kann ja wissen. Für das Kind. Und jetzt? Wie sauer ist es jetzt? Das ist dezent sauer. Deutlich sauer, ne? Dezenter. Dezenter. Haben Sie auch so Gelüste im Moment? Oh ja. Mein Mann. Das heißt, Sie fahren nachts los und besorgen was? Speck. Speck morgens um drei. Speck morgens um drei. Verstehe. Wo kriegt man sowas? In der Schweiz wahrscheinlich überall. An der Tanke. Überfällt man einen Bauernhof und sagt, raus dem Speck. An der Tanke? Ja. Was noch? Zitrone. Zitrone, aha. Komm mal. Wir können die hier lassen. Das ist schön, ne? Sie strahlt so. Hast du das gesehen, Alex? Und ausnahmsweise lag es nicht an dir. Es liegt daran, dass sie ein Kind bekommt. Ich glaube eher, weil die Zitrone so ... Ja. Aber es ist wirklich so, dass der Unterschied zwischen der geschmorten und der nicht gegarten Zitrone, was die Säure angeht, deutlich ist. So, Safran, Kartoffelstampf, können wir uns irgendwie vorstellen. Ratschen wir nachher noch ein bisschen. Wir haben ja noch Zeit und begrüßen sehr, sehr herzlich Johannes King, meine Damen und Herren. Der ... Ja. Das ist Rotbarsch hier. Guck mal. Der hängt sogar noch mal an. Das ist Premiumware. Ja, Premiumware. Der uns einen gedämpften Rotbarsch mit Fenchel macht. Ja. Also Rotbarsch ist ja wirklich, das ist immer wieder ein Fisch, der leider ... ... durch Massenfang und wirklich unsinnige Industrieverarbeitung mit Pressspanplattenauflage zu irgendetwas verkommen ist, was wirklich der Rotbarsch nicht verdient hat. Der Fisch ist auf jeden Fall nicht schuld. Und ... Aber der ist überfischt, ne? Der Rotbarsch, soweit ich weiß. Der ist überfischt deswegen und vor allem weit draußen, weil die mit riesigen Netzen, und davon müssen wir irgendwann wegkommen, dass wir diese Großindustrie-Fischerei haben. Das ist angelware, küstennahe Ware. Ja. Und es gibt Rotbarsch. Aber wenn natürlich zwei Kilometer breite Netze durch die Meere durchtackern, ja, die reißen, die reißen alles weg. Und deswegen müssen wir auf die Jahreszeiten achten. Es gibt auch bei Fisch Saisonzeiten. Genau. Und wir müssen diese einhalten und nicht gnadenlos abfischen. Und dann wird noch für Aquakultur zwei Kilo Fisch gefangen, um ein Kilo Fisch zu züchten. Ja. Das ist ja das ... Man spricht ja immer wieder über diese Aquakultur-Geschichte. Das ist eine Halb-Wahrheit sei einfach mal. Und solange wir zwei Kilo Fisch abfischen müssen, um ein Kilo Fisch in der Aquakultur zu züchten, das ist doch völliger Schwachsinn. Als Futter. Als Futter dann. Und davon müssen wir wirklich wegkommen. Und wir werden auch wegkommen. Wir werden uns der Verantwortung stellen müssen, jeder einzelne von uns. Und landfristig gesehen müssen wir auch Saisonzeiten einhalten. So. So viel. Genug gebetet. Genau. Ja. Zu dem Thema. Zu dem Thema, ja. Und jetzt zur Frage, was machst du da? Schau mal, das sieht ja herrlich aus. Was ich heute mache, ja. Wie Bienenraben. Lass das mal so. Zeig das mal. Zeig das mal. Und zwar, ich hab Wasser und Zucker in die Pfanne gepackt. Und das runter reduziert, bis der Zucker fast sich auflöst. Dann den Fenchelsamen reingemacht. Genau. Und jetzt kommt gleich Butter dazu. Und dann löst sich das alles wieder auseinander. Dann hab ich schön karamellisierten Fenchelsamen. Also, komm. Wir dünsten heute den Rotbarsch. Und zwar hab ich vom Fenchel, vom großen Fenchel, hab ich diese Stiele abgeschnitten. Und ich hab das einmal in groß gehabt. Den hab ich jetzt schon klein geschnitten. Und dann hab ich den so in fein und zart. Und jetzt muss ich einmal gestehen, ich weiß nicht, ob Maria es sieht. Ich hab den heute Morgen im Garten geerntet. Wer ist Maria? Maria ist meine Gartenfee. Deine Gartenfee? Meine Gartenfee. Und Maria und ich, wir haben ganz unterschiedliche Auffassungen. Vom Gemüseernten. Ich möglichst jung und knackig und klein. Und sie möglichst groß und buschig. Und heute Morgen hab ich mich im Garten geschlichen. Und hab den jungen Fenchel geerntet. Der ist unglaublich köstlich. Den hobeln wir nachher noch roh drüber. Super. Die kleinen Fenchelstücke, die dünste ich nachher gleich mit. Und das Fenchelkraut wird natürlich mitverarbeitet. Okay. Das kann man auch so essen. Das finde ich immer, ja. Ist ja lecker, ne? Absolut. Absolut. Wir waren hier. Und es gibt einfach... Ach so, Butter hast du jetzt schon drin. Hab ich reingemacht. Jetzt dauert es noch mal ein klein bisschen. Ich sehe gerade, ja. Ein bisschen zurückgeschalten. Oh. Entschuldigung. Und dann nehm ich das nachher raus. Und dann bröseln wir das auseinander. Wunderbar karamellisierten Samen. Perfekt. Ich bin sehr gespannt darauf. Und der Fisch, der ist jetzt hier nur dick, oder? Genau. Ich habe ihn einmal ganz gezeigt. Einmal filetiert gezeigt. Und wenn man mal solche Rotdarschfilets kriegt, ne? Das ist wirklich Premiumware. Sag mal, sag mal, sag mal. Absolut. Wo ist er? Da. Das ist Premiumware. Ja. Der wird da raufgelegt. Ich mache einen Fenchel Butterfong. Der wird raufgegossen. Ab in den Ofen, dünsten. Dann gibt es eine Fenchelpüree. Das habe ich da hinten schon angesetzt. Den karamellisierten Fenchel, roh marinierten Fenchel und Fenchel Butterfong. Fenchel, Fenchel, Fenchel und ein bisschen Rotmasch. Mach doch mal was mit Fenchel, haben wir zu dir gesagt. Und zack, mach ich was mit Fenchel. Beim Rotmasch ist das hier. Die Stacheln sind giftig, ne? Die Stacheln hier? Ja, die sind wirklich giftig. Und Gegengift hat das auch, wenn du dich ersticht, sag ich mal, kannst du mit den Fingern in die Augen reingehen, hast du wieder ein Gegengift. Ehrlich, ja? Ja, wirklich, ja. Aber was löst das aus? Also wenn du, das ist jetzt beim Drachenkopf, Raskas, oder beim Rotmasch ist es so, dass die hier, immer ein gewisses Gift haben, dass wir, du kannst, dein Finger kann ja entzünden, ne? Und du kannst, indem du... Ja, okay, ich mach's ja nicht, brav. Ja, alles gut, alles gut. Also, wir haben jetzt... Wenn du mit deinen Fingern wieder ins Auge reingehst, Neutralisiertes. Ist dein Gegengift und dann ist alles normal. Okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal gelernt, was es beim Fisch auslöst. Der ist nämlich danach blind, wenn wir alle vorbeikommen. Definitiv. Ein Wahnsinn. So Johannes, vielen Dank. Und wir begrüßen auf der Dessertposition sehr, sehr herzlich Stefan Marquardt. Stefan. Schön, dass du bei uns bist. Hallo. Und der Stefan macht uns heute auch was Feines. Habt ihr euch abgesprochen mit dem Fenchel? Ananas-Fenchel-Salat mit Bananen-Safran-Eis und Kokos-Panna-Cotta. Genau. Huuu. Hast du dir was vorgenommen? Reicht. Oder? Ich bin auch schon ganz gespannt. Ich meine, bei dir alle guten Dinge zentral. Bei mir ja auch. Ich habe es ja auch schon zweimal versämmelt, bin ich fertig geworden. Vielleicht ist es ja heute das dritte Mal. Schauen wir mal. Das stimmt. Ich erinnere mich. Aber es werden mit Sicherheit Teile fertig. Und ich dachte einfach zum Thema. Weißt du, das Schöne an der kreativen Küche ist einfach, wenn es mal völlig daneben gehen sollte, kann ich immer nur sagen, es gehört so. Ja, ist richtig. Aber wir haben hier die Erfahrung gemacht, Stefan. Dass es für solche Zwecke sehr geschickt ist, wenn man den Titel des Gerichtes sehr im Nebulösen hält. Weil dann kann man hinterher sagen, was es eigentlich genau hätte werden sollen. Aber du hast dich ja hier sehr konkret festgelegt. Also Ananas-Fenchel-Salat ist hier, ne? Ja, also das ist schon mal der Fenchel. Der ist schon mal die halbe Miete. Das ist die halbe Miete. Den hast du mariniert irgendwie? Also pass auf. Fenchel ist ja nicht jedermanns Sache. Wir können ja mal einen Test machen. Wer von Ihnen mag keinen Fenchel? Also keinen Fenchel. Okay, das sind nachher meine Kandidaten. Die müssen nämlich nachher ran. Ja. Und zwar die ätherischen Öle sind den meisten Leuten zu viel. Und ich habe jetzt einfach einen Karamell gekocht. Ich habe den Fenchel rein. Die ätherischen Öle haut es voll raus. Der Zucker geht rein. Und dann mit Limonensaft, Limonenabrieb. Und dann noch mit der Ananas. Die spezielle Säure von der Ananas, die nachher reinkommt. Kannst du gerne kosten. Aber ist noch lange nicht fertig. Also es wird nachher welten sein. Glaubt mir. Und natürlich auch das Fenchelgrün mit rein. Das auch einmal wirklich mit aufkochen quasi. Damit auch da die ätherischen Öle rausgehen. Und ich finde es die perfekte Harmonie. Das haben wir ja damals, als wir keine Lust auf Dessert hatten. Und gesagt, wir machen jetzt einfach Dinge, damit sich die Leute die Dessert sowieso abgewöhnen. Und das ist eines dieser Teile, was übrig geblieben ist, der Ananas-Fennchen-Salat. Und das Bananen-Safran-Eis. Das ist einfach nichts anderes wie alles, was man so mit Banane verbindet. Chili, irgendwas, alles was zur Banane passt. Orange, Schmand. Alles in den Mixer rein. Einmal durchmischen. Schmand. Das ist nichts anderes wie Sauerrahm mit ein bisschen Gelati drin. Ultra hoch erhitzt. Also schöne leichte Säure drin. Und das passt wirklich wunderbar dazu. Und dann einfach mixen die ganze Gaudi. Und dann rein in die Fritteuse. Du hast gesagt, wie heißt das Ding? In die Eismaschine. Gut. Und dann hast du da noch mal so eine eigene Mahlzeit noch mal hinterher. Das ist ja schon mächtig hier. Da kannst du natürlich mit reinpacken, was du willst. Wir machen jetzt ein bisschen Basilikum noch mit rein. Und ich denke halt einfach Fenchel, Safran, Orange. Das sind einfach Dinge. Was hast du da gerade? Ingwer, oder? Weil der Alphons dabei ist, mach ein bisschen Ingwer mit rein. Das ist eine kleine, eine kleine Reminiscence. Und das Ding ist dann einfach, das ist halt ein Dessert, was zum Fisch aus dem Meer passen sollte. Ich glaube, das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Kann ich mir vorstellen. Ja, absolut. Hast du, Johannes, schon mal Dessert gemacht? Jetzt mal ganz bekloppte Frage, aber bei euch weiß man nie. Wie Dessert, in dem Fisch tatsächlich verkocht war, verarbeitet war. Nee, Fisch nicht. Nee, nee. Wir machen viel mit Krabben, weil das einfach da oben in die Gegend gehört. Aber zum Dessert sind wir damit noch nicht vorgedrungen. Also so kreativ waren wir bis jetzt noch nicht. Ja, ich traue euch das zu. Machen wir das nächste Mal nur Desserts mit Fisch. Meinst du, das würde gehen? Ja, sag mal, wie? Das ist überhaupt kein Thema. Also, ich meine, ich nehme halt einen Fisch, der relativ neutral ist. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal einen Tittenfisch. Tittenfisch? Ja. Der ist ja relativ neutral. Neutral, das stimmt. Stimmt. Der darf nur nicht auslaufen. Und wenn ich jetzt da hergehe. Bitteschön. Wenn ich jetzt hergehe und mache zum Beispiel einen Karamell, Limonensaft, Zitronensaft. Moment. Karamell, Limonensaft? Zitronensaft. Ja. Schleide den Tittenfisch ganz leicht ein. Schleide ihn auseinander, dass er eben ist. Und leg den quasi da drin ein. Und du den etwa bei niedrig Temperatur garen, dass er wirklich auf den Punkt gegart ist. Und dann wieder eiskalt stellen. Und wenn ich den nachher in Streifen schneide, mache so einen geeisten Tittenfischsalat. Ich glaube, dass es hundertprozentig schmeckt. Und ich würd's dir gestern aber hinterher erst sagen. Was es ist? Ja. Ja, weil die Vorstellung komisch ist, oder? Die Vorstellung ist, ja, grenzwertig. Für mich auch grenzwertig. Aber ich glaube, geht nicht, gibt's nicht. Johannes, was hältst du von diesem Rezept? Hast du zugehört? Ja, ich hab jetzt kurz zugehört und hab grad überlegt, okay, was könnte man damit bauen. Und wir machen auch alles möglich wirklich mit Gemüse und, aber Fleisch und Fisch jetzt nicht unbedingt. Wenn ich jetzt ein ganzes Dessertmenü machen würde, zum Beispiel, ja, dann würde ich das mit reinbauen. Aber jetzt so, ich sag mal, in der klassischen Reihenfolge würde man mich erstmal damit nicht hinterm Ofen vorlocken. Aber ich geb Stefan da recht, wenn man sich mit dem Thema mal auseinandersetzt, ne, dann hat man ganz andere Ideen. Also es gibt ja zum Beispiel auch ein Sorbe mit Apfel und Gurke zum Beispiel, ne. Das ist dann nicht süß, sondern das ist gemüsig auf einmal. Und das in Kombination mit etwas Süßigen, kann ich mich sehr gut vorstellen. Wir haben hier schon Spargeleis, haben wir hier schon gegessen. Ja, ja. Wir haben mal einen Leberwurst-Magnum gemacht, das war auch top. Leberwurst-Magnum. Ja, war wirklich gut, war wirklich gut. Also man, grenzwertig, aber lecker. Ja. Aber richtig grenzwertig, oder? Ja, aber lecker. Wo war das im Dreiländer-Eck oder wo? Leute, das haben wir auch, da brennt was an. Ja, da brennt was an. Alles gut? Alles gut? Okay. Lecker, wirklich. Nicht schlimm, glaub mir. Okay. Ich lade dich mal auf den Leberwurst-Magnum ein und dann gibt's da. Leberwurst-Magnum. Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Also, Stefan Markwart, meine Damen und Herren. Oh, das sieht super aus, Ali. Lass uns einmal einen Blick drauf werfen. Alex ist auch gut dabei. Alfons ist, glaube ich, gleich fertig, ne? Alfons, bist du so langsam? Genau. Hör mal einen Blick auf deine Sardinen hier. Hier ist die Füllung, ne? Ja. Schön Schalotten, Knoblauch, Pinienkerne angeschwitzt, ne? Kalamaretti dazu, Gamba dazu. Einfach nur glasig werden lassen. Und dann ist die Sardinen schön in die Mittelgräte rausgenommen. Und das Ganze schön gefüllt. Jetzt gebe ich von oben so ein bisschen Zitronenabrieb drauf. Das gibt so eine frische Note. Und dann ... Super. Und jetzt passiert mit denen was? Jetzt mache ich das so, lieber Markus. Jetzt streue ich hier so ein bisschen Kräuterbrösel drauf. Aha. Und dann kommt das für drei, vier Minuten, wird das gratiniert. Und die Sardinenfilets, oder Sardinen, die Sardinenfilets sind ja ganz dünn. Du brauchst nicht länger als zwei, drei, vier Minuten. Dann ist sie fertig. Dann ist sie vorbei. Top glasig und fertig. Das heißt, wir warten zunächst mal, bis Alfons mit seiner Bouillabaisse soweit ist. Ich habe ja noch ein bisschen was zu tun, so ist es nicht. Ja, genau. Du musst ja hier noch deine ... Meine Fregola Sarda. Fregola Sarda. Fregola, genau. Aus Sardinien, ne? Ja, ja. Aber die Fregola. 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 Alfons, was haben wir hier? Eine Mayonnaise, oder was ist das? Eine Rui, die ich gemacht habe, mit Eigelb. Ein bisschen normales Öl, ein bisschen Olivenöl, damit es nicht zu kräftig noch Olivenöl ist. Und dann ein bisschen Kartoffelpüree, also Kartoffeln aufgekocht. Da haben wir ein paar Kartoffeln gehabt, die wird reingegeben. Ein bisschen Knoblauch reingerieben, ein bisschen Ingwer reingeben. Etwas Orange und ein bisschen Zitronenschale. Das ist es eigentlich. Okay. Und ... Genau, bruch mal einen Löffel mit. Probier mal die Suppe, bitte. Die Suppe soll ich mal vorkosten für dich? Traust du der Sache noch nicht über den Weg? Du wirst jetzt wissen, was noch fehlt. Ich sag's dir gleich. Sekunde. Temperatur? Nee, da fehlt noch der Fisch, finde ich. Voilà. Geschmacklich ist das ... Ich tue es ungern, aber ich muss dich loben. Das ist eine Eins. Das ist mir schon klar. Wirklich. Das fällt dir jetzt mal schwerer. Ich finde ja, so eine schöne Fischsuppe kriegt man selten. Und sag uns noch einmal, was da jetzt genau drin ist. Also dieser schöne ... Ich hab jetzt Saffron reingegeben, hab ein bisschen Fenchel zum Schluss noch dazugeben. Man könnte jetzt auch ein bisschen ein anderes Fenchel Likör reingeben. Aber wenn es aber so stark noch Alkohol polarisiert, ist eigentlich nichts. Jetzt geb ich praktisch die Brühe drauf. Und wenn der Fisch, wenn die Brühe richtig heiß ist und der Fisch wär jetzt noch glasig, dann wird der auch schön, sagen wir mal, den Punkt erreichen, den er genau haben müsste. Und ich lass jetzt noch ein bisschen was drauf schauen. Das zieht jetzt hier schön einmal durch. Das ist auch passend. Ich glaub, der Fisch ... Der ist okay noch. Der brennt sonst immer an. Gehen wir mal auf die Seite. Okay. Also, ich hol schon mal vier Löffel, ja? Okay. Pass auf. Ich hol schon mal eins, zwei, drei. Kloppeplatten rein. Hier. Kommt hier mal kurz dazu. Alex, braun dich auch hier. Die sind alle schwerst beschäftigt hier. Aber so ein Kohldampf. Du hast Kohldampf? Aber richtig Kohldampf. Ja, ich hab ... Mir geht's auch oft so kurz vor Mitternacht. So geht's noch mal richtig los, ne? Ja, genau. Kriegt man einen Wahnsinn. Und ein Fisch, richtig was Leichtes. Ja, ja. Und dann noch Suppe. Löffel, Löffel, Löffel. Jawoll. Oh. Alter Frank. Ich hab auch Kohldampf. Ja, klar. Deswegen ein kleiner, fast mitternächtlicher Snack hier. Ein bisschen reintauchen, wenn du möchtest. Ja, unbedingt, ey. So. Ich hab dir jetzt einen Knoblauch und einen leichten Orangengeschmack gegeben. Der Fenchel geht da gut dazu. Und so ist das ein bisschen ein harmonisches Miteinander. Alfred, sag noch mal den Kollegen ganz kurz, was ihr in der ... Also, ich hab hier Eigelb mit süßen und mit scharfen Sämen hochgezogen. Mit zwei Drittel normalem Öl, ein Drittel Olivenöl. Hab dann Kartoffeln weich gekocht. Hab die praktisch durchgequetscht und hab's dann runtergegeben zur Bindung, damit die nicht zu ölig ist, nicht zu schwer ist. Hab dann reingegeben, ein bisschen ein Gesleisten, ein bisschen Knoblauch reingerieben, ein bisschen Chilisalz dazugeben und eben ein bisschen Orangen- und Zitronenabrieb. Und so eine Soße kannst du auch jederzeit zu einem Hähnchen, zu einem Rostbeef, zu geräucherten Fisch, zu allem Möglichen essen. Super. Stefan, glaube ich, hat ein bisschen Stress da hinten, oder? Machst du zuerst, dann kannst du gleich wieder los. Also, ich würde vorschlagen, wir gehen damit los. Wir haben für dich schon mal Vorbereitungsarbeiten gemacht. Wir haben schon ein bisschen was angefangen für dich. Ich mach weiter. Wie die Gerichte gehen, du kannst dann weitermachen. Ich mach dann weiter. Und wir gehen mit der Suppe schön nach hinten. So, auf Wiedersehen. Sehr lecker. Sehr lecker. Sehr lecker. Man könnte jetzt hier ein bisschen Olivenöl drauf träufeln, wenn man möchte. Man könnte ja auch Pesto drauf geben. Aber ich wollte diesen Geschmack jetzt nicht zu, sagen wir mal, zu stark nach Pesto treiben. Pesto, ja? Pesto, ja. Dann entweder Pesto, aber dann das weglassen. Sonst ist es zu viel. Oder ein paar Tropfen Olivenöl, das könnte man ja machen. Das muss man aber nicht. Machen die Franzosen das auch? Oder machen die Pistou? Ja, Pistou kannst du auch drauf geben. Pistou ist aus Petersilie gemacht, genau. Ohne Basilikum. Okay. Sehr lecker, vielen Dank. Sehr lecker, vielen Dank. Was sagst Stefan? Absolute Bombe. Aber da könnt ihr mir reinlegen. Ja. Super. Aber... Da ist hier Paprika drin, ne? Aus roten Paprika. Weil der Ruis en Suisse, der, also die Franzosen kriegt Klassiker, ist normalerweise, ist mit Paprika, roten Paprika, Safran. Und dann wird jetzt Kartoffeln als Bindung hergenommen, ja? Und früher haben sie auch zum Beispiel Fischleber genommen, auch als Bindung. Und dann alles im Mörser, ganz fein gemörsert und dann dazugegeben. Also das finde ich auch... Das ist eine ganz kleine Kleinigkeiten, ein Beiwerk dazu. Aber mit diesem Gehacken... Ich kann ja mit dem Sushi-Ingwer gar nichts anfangen. Aber da ist es der Hammer drin. Lecker. Großartig. Dieser geschleiste, dieser... Großartige. Ja. Das ist super. Richtig gut. Das ist ein Alphans Schierbeck Kultklassiker. Ja, ne? Das ist einer von deinen Kultklassikern. Und da muss man auch sagen, die... Wann hast du das das erste Mal gekocht? Ich mach das aber auch gern mit Süßwasserfisch. Ja, ja. Aber wann hast du das das erste Mal gekocht? Und wenn jemand sagt, er möchte ich gerne eine Rahmsuppe haben, dann gibt er ein bisschen eine Sahne rein, ein kleines Stück Butter, mix das auf, dann ist das eine wunderschöne cremige Suppe. Ohne dass du dich stark binden musst, ja? Und dann lieber ein schmäleres Gefäß nehmen, dass die Suppe sehr stolz rauskommt, nicht dass sie drin liegt wie so ein Wasserlacker. Und einfach in kleinen Portionen servieren, dann hat man eine schöne Fischsuppe. Alfons, kannst du den werdenden Eltern da vorne mal eine Fischsuppe bringen? Wo? Schau mal. Da vorne. Die werdende Eltern, die brauchen dringend jetzt mal. Die sind völlig unterzuckert. Einfach mal eine schöne Portion Fischsuppe. Und gerne auch natürlich an unsere anderen Gäste. Aber du weißt, Schwangere haben hier natürlich Vorfahrt, das muss ja so sein. Wir wissen ja nicht, wie lange sie noch hier bleibt heute in der Sendung. Kann ja zwischendurch plötzlich weg müssen. So, Alfons, bedanke mich sehr herzlich. Ali, bist du soweit? Bist du schon? Nein. Ein paar Minuten noch. Ein paar Minuten noch, ich schmecke das Gemüse jetzt noch. Wir bleiben bei dir. Genau. So, dann mach ich das gleich fertig. Haben Sie Lust auf ein Gläschen Prosecco oder sowas? Ja? Cool. Sollen Sie kriegen. Und jetzt schauen wir das eben nochmal genau an. Also, Sardinen mit Gamba-Calamaretti-Füllung und Tomaten-Fregola-Sarda-Ragout. Genau. Fregola-Sarda, das ist eigentlich das Ding, um das es geht. Ja, das ist das, ne? So, das ist das, was wir hier haben. Fregola-Sarda. Das ist ja eigentlich eher fast schon Risotto, gell? Das ist ja ... Du kannst es auch so sagen. Das Risotto ist ja aus Reis und das ist ja eher aus Nudelteig, ne? Optisch meine ich jetzt. Ja, ja. Schön schlotzig. Total. Schön schlotzig muss es sein. Weil ich habe ja keine Soße, deswegen habe ich das extra so ein bisschen flüssig gehalten. Dann habe ich noch frische Tomatenfilis reingegeben, Rucola, ein bisschen Estragon dazu. Dann hier ist Zitronen-Thymian drin, ein bisschen Orangenschale ist dabei. Und am Ende ein bisschen Parmesan. Und ... Jetzt probiere ich mal. Kann man essen. Kann man essen? Kann man essen, ja. Hast du deine Sardinen schon drin, ne? Die sind schon im Ofen. Aber wir sind gleich fertig. Da geht es aber richtig ab, ne? 250 Grad. Einmal mit Dampf. Mach mal auf, bitte. Soll ich aufmachen? Pass auf, wir schauen dazu. Guck mal. Wursch. Der sieht doch geil aus, oder? Leider geil, sagt man dazu, oder? Ja. Also ... Brauchst du die nicht noch für irgendwas? Ne, ich bin schon fertig. Schön gratiniert. Komm jetzt raus, ne? Ne, wir sind so weit. Ach mal die mal schön kalt, sorry. Genau. Was sagst du? Moment noch. Leider eine Minute. Eine Minute noch? Okay. Warte, ich kriege das gar nicht zu hin. Wollte ich eigentlich nicht heben. So. So. Alfons verteilt gerade Fischstuppe. Oder Schnaps. Was sagst du? Wenn du möchtest, kannst du mal die Schmorzitronen-Vinaigrette probieren. Die Schmorzitronen-Vinaigrette? Ja, wenn das im Moment dauert. Ja, ja. Ne, ist gut. Man sieht auch, dass das jetzt so ein bisschen emulgiert hat, weil ich hab das Zitronenfleisch mit drin. Angeschwitzte Schalotten. Jaja, es ist gescheit sauer. Boah. Jaja, jetzt komm. Ich messe das wahnsinnig gerne, aber ... Oh! Nein. Nein, das ist gut so. Ich weiß. Weil das dann nachher mit dem Seeteufel und natürlich auch mit dem Piret wunderbar funktioniert. Aber merkst du diese Herzhaftigkeit? Jetzt hör mal. Also die schwangere Dame hat sich also nicht so angestellt wie du jetzt. Ja, nein. Ich bin da empfindlich. Ich hab da andere Rezeptoren, weißt du. Das sind einfach empfindlicher. Das sind die feinfülligen Seiten, die wir auch Köche ab und zu mal so haben. Ja, aber ihr tarmt sie sehr geschickt. So. Diese andere Seite. Jetzt komm. Toll! Ja, ich hab doch nichts anderes gesagt. Es ist nur unglaublich. Ja, gesagt fast nichts, aber schau auf. Ja. Schau auf was auf. So hast du geschaut. Boah! 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 So hast du gemacht. Jetzt zieht's dann einfach alles zusammen. Ja, das muss ja so sein. Es kommt ja nachher aufs Bäckchen und das Bäckchen will, wenn's ein wenig zieht. Altsander, es ist super. Es ist sensationell. Es ist kurz davor, big süß zu sein. Ich will. Ich will. Ich will. Es zieht alles zusammen. Es ist sehr gut. Ich bin mal gespannt mit dem anderen dazu. Genau. Ja, ich weiß, was du damit bezweckst. Ich hab meinen Rotbarsch gerade. Schau, hier, hier. Da. Naja, der ist Franke. Ja. Wir sind Leiden gewöhnt. Aber in der Kombination besteht Tom. Ja. Aber du findest auch, es ist richtig sauer, ne? Nee. Richtig, richtig sauer. Es ist super. Ich freu mich drauf, Altsander. Aber erst mal, gehen wir jetzt zu Ali, der... Oh, das sieht klasse aus. Johannes sagt schon, oh, das sieht klasse aus. Sehr gut. Sag drauf. Sehr gut. Wie nimmst du das Gemüse? Fregola-Sarda-Tomaten-Ragout. Kennst du Fregola? Kennst du Fregola-Sarda? Ja, natürlich. Als alter Italiener. Das ist sehr gut. Sehr würzig. Ja, super. Ein bisschen heiß, aber sonst ausgesendet. Aber nicht zu würzig, ne? Ja, das ist super. Leichte Schärfe hinterher. Jetzt tranchieren wir mal die Sardine. Kann was. Top. Top, top, top. Ja, absolut. Sardine ist sehr gut da hinten. Sehr, sehr gut. Die Füllung, ne? Die Füllung ist sehr gut auch. Das Gemüse kam schon mal super an. Hast du da Pinienkerne, sehe ich da, ne? Ja. Um drauf. Caramaretti, Pinienkerne, Kambas, Schalotten, bisschen Knoblauch, bisschen Cayenne, Zitronensaft. Und erstmal kurz glasig anschwitzen. Mhm. Und dann die Sardine damit füllen. Super. Man schmeckt die Sardine. Die Fregalasada, schön pikant zwischendrin. Klasse. Gelungen. Caramaretti, schön genutzt. Ja. Schönes Gericht. Sehr schönes Gericht. Ich sag doch, soll ich dir auch noch ein bisschen nachranchieren, oder? Das wäre das sehr nett von dir. Ja, ich franchiere dir noch ein klein bisschen. Du hast ein bisschen Angst, ne? Wieso? Ich hab's dir angesehen. Ich hab nie Angst. Du warst nervös. Ich hab Respekt. Oder so. Ich hab nie Angst. Aber du warst so ein bisschen, heute hab ich gesehen, ein bisschen angespannter. Kommt an die Ente ran? Ja. Der Ali ist ein ganz toller Koch. Danke. Aber das ist natürlich sehr schwer, bei diesen ganzen feinen Dingen, die da so sind, immer den Garpunkt genau so zu erwischen, dass es dann wirklich passt, ne? Genau. Oder? Du musst doch echt auf Zack sein. Super. Also sehr, sehr gut. Kompliment. Mehr geht nicht. Vielen Dank. Die Nudelgeschichte ist genial. Finde ich super. Sardinen mag ich überhaupt nicht. Aber so. Sehr, sehr, sehr lecker. Ich wollte es gerade sagen. Selbst Menschen, die nicht so gerne Sardine essen, würden da sagen, so geht's. Eine Geschichte, wo man wirklich Leute von Sardinen mal begeistern, überzeugen kann. Weil die sind natürlich schon speziell, so eine Sardine, ne? Ja, aber es ist ja kein teurer Fisch. Nein, nein. Der kostet Kilo für den normalen, ja, 7 Euro, 8 Euro. Nur die Leute, die wollen sich die Arbeit nicht machen, ne? Aber wenn man das will, wenn man das macht, dann ist das wirklich ein super Fisch. Toll. Alexander? Also vor allem dieses, ja, sagt man eigentlich Pasta-Ragout, oder? Kann man so sagen? Ja? Ja, finde ich großartig. Ich stehe genau auf solche Art von Nudeln, die so viel Biss haben. Ich bin ja auch so ein Risotto-Fan. Das ist dieser Schmelz und dann diese Soße. Sehr schön. Diese Soße. So, die Soße. Also. Arli, ein bisschen was ist ja ... Ein bisschen was konnte man noch retten. Kannst du das mal letzterweise an unser Publikum verteilen? Mach ich. Wir haben noch Soße. Was muss denn mit dem Fisch damit haben? Ja. Hättest du ein bisschen Brot mitnehmen können? Ja. Was hast du denn da für ein Problem? Ja, nehmt da eins aber vorsichtig, gell? Eintauchen muss das. Das ist jetzt noch tiefer. Ist warm, ne? Die für weiter durch. Da hab ich ... Der Alfons. Der Alfons schafft es selbst beim Essen verteilen, eine gewisse Drohkulisse aufzubauen. Drohkulisse? Nimm es. Ne, Alfons? Selbst wenn du etwas Gutes tust, Essen verteilst, schaffst du es so eine gewisse Drohkulisse aufzubauen irgendwie. Und wenn du die reingehst ... Nimm es, nimm es. Sehr gut. Kommt mit. Ja. Na? Das Gemüse ist für mich der Favourite. Das Gemüse ist für dich der Favorit? Mhm. Weil es einfach in die Stimme gibt. Mhm. Alexander ist auch, glaube ich ... Ich bin so in den ... In den letzten Zügen. In den letzten Zügen, ne? Also wir können jetzt ... Weitergeben, bitte. So. Wie geht's? Ich habe vorher ein bisschen viel Krach gemacht. Sorry, tut mir leid. Ne, ist alles gut. Das ist fertig. Johannes, lass uns einmal bitte einen Blick werfen auf dieses ... Fenchelpüree. Fenchel, einfach Kleinschmor, ein bisschen Butter, ein bisschen Zucker. Ein bisschen ... Was hast du da? Warte, 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 das ist hier ... Äh ... Pastis. Ach so, ja. Klein bisschen Pastis mit rein. Okay. Ablöschen. Mhm. Zack, Deckel drauf, schmoren lassen, ab in den Mixer rein, ganz fein pürieren. Deine Schifere. Schau mal, schau mal die ... Schau mal die Konsistenz. Wo ist es hier? Da. Keine Flüssigkeit, nichts dazu, Deckel drauf. Da bleibt genügend Feuchtigkeit drin. Nachher den Deckel runternehmen, damit das Wasser rausgeht. Toll. Und so schön, so schlotzig, wie wir sagen, ne? Und der Fisch, der braucht noch ein bisschen. Kalt. 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 Ja, wird grad warm gemacht. Okay. Da sind aber auch richtige Umdrehungen drin im Moment, ne? Ja, das musste ja passiert werden. Genau. Richtig durchs Sieb durch, dann hier rein und jetzt wird's langsam wieder heiß gemacht. Und dann entweicht auch ... Und dann kommt hier nachher ... Ich zeig jetzt nachher, was da kommt. Genau. Sehr gut. Nee, Alkohol ist nicht mehr drin, das wird abgelöscht. Wenn man den Fenster anschützt, Alkohol rauf, ablöschen und dass der rauskommt. Okay, genau. Weil so ist es im Moment. Geschmack vorher mal drin lassen. Sehr gut. Fertig? Der Hammer, oder? Quatsch. Ja. Ich glaub's auch nicht, aber es ist so. Ich hab alles. Ich hab die Panna Cotta, ich hab Salat. Du bist nicht fertig, du bist fix und fertig bist du. Das ist der Hammer. Das ist die Wahrheit. Ich bin ... Also, ich bin selber völlig überrascht von mir. Also, ich würde mal sagen ... Sind wir soweit? Ja, ich muss jetzt mit der Soße vanillisieren. Optisch schon mal sehr, sehr schön. Warte mal. Nochmal. So. Jetzt dreh's mir noch so ein bisschen. Der Rocky Mountains bemoost. Wie war das? Der Rocky Mountains bemoost. Das ist wahr. Das sind jetzt mit Kräutern gebackene Seeteufel-Bäckchen. Unten drunter ein Kartoffelstampf mit Safran. Und drumherum eine Schmor-Zitronen-Winkrette. Tja, jetzt müssten wir's essen, ne? Typisch fränkisch. Bist du zufrieden? Werde ich jetzt dann nachher gleich sehen. Hast du's probiert? Hast du's probiert? Ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Schmor-Zitronen-Winaigrette. Ja, ja. Ich hab mir für alle Löffel mitgebracht. Da geht am meisten drauf. Ha, ha, ha. Völlig durch. So. Ich glaub, wir müssen den Ofen noch ein bisschen hochdrehen. Das ist der Hammer, ne? Super. Wirst du das? Das ist ja komisch. Äh, die, die, die. Ja. Die sadische Nudel. So, Alfons. Du hast's probiert. Ich hab's schon grad. Ja, ja. Ali? Also, ich finde die Bäckchen schmecken wunderbar. Das sieht ja optisch ja super aus. Optisch echt ein Knaller. Super. Dann. Sehr gut. Die Safranpüree ist sehr gut, aber die Soße ist mir zu sauer. Die Soße ist dir zu sauer? Können wir das noch mal laut sagen? Oh, 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 oh. Die Soße ist dir zu sauer. Und weißt du warum? Die erschlägt ein bisserl diesen feinen vom Safranpüree und nimmt diesen saftigen Backerl ein bisserl den Speed raus. Ha, ha. Ali hat genickt. Entschuldige, wir ist nur fürs Protokoll. Alexander, es kann alles noch besser werden. Also, pass auf. Ist mir schon klar, dass ich dieses Feedback vorher schon herausgereizt hab, ja? Also, könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Die Säure muss so sein. Oh. Komm, ich koste jetzt gleich eins. Ich sag mal, ich hab dir recht, die Säure muss so sein, aber einen Taken Zucker hätte nicht klappt. Ja, könnte man reinmachen, oder? Ja, ja, könnte man reinmachen. Was sagt Johannes? Mir fehlt auch ein ganz klein bisschen Zucker. Klar wird es ein bisschen aus, zwei bis zwei Kilo oder was? Bisschen Olivenöl, ne? Bisschen Olivenöl noch rein. Bisschen fett, oder? Bisschen fett, oder? Bisschen milder werden. Ja, mach zwei Kilo dazu, ja. Nee, weil das Olivenöl, wenn du reintust, emultiert in dem Fall, weil die Zitrone innen drin mit dabei ist. Mach nicht den Fehlern, probier's so. Und dann ist dieses Öl, was wir hier haben, zu bitter. Und dann wird's noch bitterer, weil wir ein Schmor Zitrone in Winaigrette haben. Und die Schmor Zitrone hat schon noch was leicht Bitteres von der Schale. Weißt du, was ich nicht mehr reinmache? Ich mach Butter rein. Ja, will ich aber nicht. Darf ich mal probieren jetzt? Ja, freilich. Habe ich hier die Schale. Das ist sehr, sehr gut. Ja, absolut. Becken sehr saftig, perfekt gebraten. Das Püree, wenn du alleine probierst. Die Päckchen, die Päckchen, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Eigentlich muss das Gewinn zu viel. Zitrone-Winigrette mit Bäckchen und Türee sein. Was ist das? Fokus, schnell. Kannst du andersrum schreiben. Bananensaft. Aber warum bist du so? Sehr wenig. Das ist eine Überzeugung. Ich hab mal meinen Fisch. Wenn du da die Kartoffel siehst, wenn du den ... Ich muss den hochdrehen. Das ist wirklich super. Probier das. Ja, den hat er mir so nachgemacht. Du musst einfach ... Sonst wird's ja langweilig. Die Schmoh-Zitrone soll ja da sein. Also wenn Tee ist langweilig. Ja, zusammen. Verstehst du? Das ist überhaupt mein Gericht. Das ist eine tolle Idee. Wirklich, eine super Idee. Mit dem Kartoffelstampf und auch mit der Zito-Rübeckchen. Aber alle, sag doch, was du eben gerade gesagt hast. Es ist zu sauer. Mir ist es zu sauer. Es ist zu sauer. Die Wenigrette erschreckt das Ganze. Ich mach mich jetzt nur darum, dass ich vorhin so übel behandelt worden bin. Das schmecks nur Safran. Das ist übel behandelt worden. Überhaupt nicht. Also ... Machen wir mal ein Spiel. Was ist das hier? Was ist das? Das ist ein Kartoffelstampf mit Safran, etwas Knoblauch und Sesamsamen. So. Und wenn man das wirklich alles zusammen isst ... Ja. Es ist ganz sauer. Ja. Es ist ganz sauer. Wenn man ... Aber du kannst jedes einzelne essen, das ist super. Das sag ich euch. Wenn man das wirklich alles zusammen isst, dann fehlt nur noch so ein Pfund Zucker. Dann kannst du Stefan als Dessert servieren. Ja, perfekt. Perfekt. Das ist alles klar. Also, jetzt passt er mal auf. Entschuldigung. Also ... Nimm mal einen Löffel voll. Nimm mal einen Löffel voll. Ich will keinen Löffel voll. Du kannst doch da was drüber tun. Und wenn du das zu viel isst, dann nimmst du halt weniger auf die Gabel. Also ... Meine Herren, du ... Ich bin halt nun mal ... Ich würd' man's doch nicht hingeben. Ja, du. Aber ich ... Dann nimm einen Löffel voll. Ich hab schon einen Löffel voll gegessen. Nimm einen Löffel voll. Und jetzt pass auf, schau her. Und ich werde keine Wiener verziehen. Ach, ich hab einen Löffel voll. Komm. Ganz in die Nase. Hey. Lass's doch. Alex. Alex. Alex, bitte. Können wir noch mal einen Großaufnahme haben? Was schwitzt du denn so? Zeig mal. Das sind von innen die Geschmacksnerven, die's gerade rauszieht. Ja, ne? Was sind das für Zitronen? Das ist normal. Normale. Das ist nur die Winnieke. Mach den Mund auf. Gibt er ganz wenig. Aber neutral, sonst gib ich da gar nix. Doch, doch, die isst gerne Zitrone. Also die einzige Person ... Die Kamera ist direkt auf sie gerichtet. Jawohl! Ja! Ja! Eine Frau mit Geschmack in erster Reihe. Moment, Moment, Moment! Hier müssen wir die Gesichtszüge reparieren. 50-50. Okay, bestanden hier. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wer möchte, dass ihm die Schminke nicht aus dem Gesicht fällt? Ist ja unglaublich, was hier passiert. Wenn du nicht neutral bist, poliere ich dir die Brille. Mach den Mund schön auf. Komm her, noch mal. Wo bist du? Wer war da? Entschuldigung. Ich rasier dir den Bart, ich sag's dir. Alfons. Ich komm gleich wieder. Alfons, du gehst es wirklich falsch an. Du darfst nicht Frauen fragen, weil die sind alle sehr pro-Alexander-George-Clooney-Herr. Du gehst es nicht systematisch genug an. Nimmst du, du hast mehr Erfolg. Ich bringe dir die Löffel wieder. Aber Alex... Ohne Zitrone. Super Rezept, aber ohne Zitrone. Alex, können wir der... Eigentlich hatte ich das Essen für Sie vorgesehen. Wollen Sie immer noch? Haben Sie immer noch diesen Zitronen? Ja. Okay, pass auf. Mach eine große Portion, einfach nur mit Zitronen und ein bisschen Fisch. Haben Sie Lust darauf? Nein, das ist gut. Da kann Ihnen auch nichts passieren, weil bei so viel Säure hat keine Bakterie auch nur eine Chance. Das ist... Das kann überhaupt nichts schief gehen. Ja, das hält jung. Ja, jede Bazille... Aber ich habe doch keinen Fisch mehr. Einer muss nicht rausbraten. Hast du keinen Fisch mehr? Ja, doch kann ich rausbraten. Aber weißt du, wenn du da die Amalfi-Zitronen nimmst, so die mayokinischen Zitronen nimmst... Perfekt. Perfekt. Das war's. Wenn ich die Amalfi-Zitrone nehm. Es hat so... Verstehst du? Dagegen so man mag immer Zitronen. Nein, nein, nein. Das ist dann der Film. Genau. Das ist ein bisschen witzig. Oder biologisch nur auf einer Seite gestreichelt wurde. Biologisch? Geht auch nicht. So. Kann man zum Rotbausch gehen? So, Alex. Super Sendung. Ja, ich bin gut dabei jetzt. Und Ihnen wird es schmecken. Ja? Euch dreien. So. Nein, aber... Guten Rutsch übrigens noch. Guten Rutsch? Ja, wegen der Schwangerschaft, wenn's soweit ist. Ach so, ja. Hast du recht. Du, aber... Ganz ehrlich, also... Ja, aber das ist doch... Nein, es war gut. Es war doch drauf. Es war sehr, sehr gut. Na also... Es war wirklich gut. Alex, es war wirklich gut. Nein, es war gut. Es war gut. Ich bedanke mich für die Performance beim Manchubeck. Ja. Was sagst du, Alfa? Ist gut, ne? Was sagst du? Dieser Kartoffelstampf mit Safran und Knoblauch, der war richtig gut. Und den kannst du ganz alleine wegputzen. Obwohl die Spackerl perfekt gebraten waren. Sehr gut. Und sagen wir mal... Die Marinade kann jeder separat nehmen, wie er will. Mhm. Dem einen schnürt... Schaut, ihr schnürt jetzt die Kette ab da oben. Siehst du, das wird ganz klein. Hast du ja so eine schöne Farbe gehabt. Tja. Jetzt glühen dir die Ohrwaschel. Ganz schlimm. Soll ich das überlegen für Sie? Ohrwaschel? Ohrwaschel. Ohren. Einmal nur. Karamellisiert. Ohrwaschel. Woher? Karamellisiert. Aus Zelle. Ja. Okay. Ja. Gibt's da auch so ne Zitronenmarinade? Ne, die haben keine Amalfi-Küste. Kennst du diese... Das ist ja so. Das ist schlecht. Ja, das ist gut. Ja, absolut. Ja, absolut. Und einmal mixen. Ich hol das jetzt gleich raus. Wo soll ich mixen? Ich rette den Fisch gleich. Absolut. Ich glaube, wir können loslegen. Die Dame aus Zelle. Für meinen Fisch. Mixer ist da. Vorsicht, bitte. Boah, ich hab irgendwie so einen Hunger. Jetzt lass mal Essen, Mensch. So, jetzt gibt's Essen. Sorry. So. Jetzt gibt's Rotbarsch. Absolut. So. Rotbarsch. Jetzt geht's los. Oh, oh, vorweg. Heiß, 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 heiß. Ohhhh. Hu, 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 hu. So. Jetzt machen wir das so. Unser Fenchelpüree da unten rein. Ja. Das ist eine ganz tolle Konsistenz, dieses Püree. Wieso ist das so wahnsinnig schlotzig, fluffig? So, glasig so. Keine Flüssigkeit zusätzlich dazu. Nur Eigenflüssigkeit. Erst mit Deckelgarn, dann ohne Deckelgarn. Pürieren, passieren und noch mal ein klein bisschen heiß rühren. Schön. Bei der Bautsatz nix? Gar nix. Nein. Ist schon klar. So. Ein bisschen von so einem Fenchel rein. Ich finde das ganz wichtig ist, in welchem Gefäß das man schmurt. Also hier ist es wirklich ganz simpel. Man könnte das jetzt auch dämpfen. Sollte jetzt ein Witz sein. Ja, ich weiß. Hinten und vorne nicht angekommen, ja. Ja, ja. Man könnte das jetzt auch dämpfen. Und wirklich richtig dämpfen. Im Dämpfer. Ich wollte das absichtlich in dieser Glasschüssel drin lassen, damit man ein bisschen was von der Seite sieht. Halli hilft mir ganz kurz. Ja, ich helfe dir gerne. Wir haben Hunger. Ja, wir haben Hunger. Aber wir haben eine Kamera, die kommt auch von oben. Wir brauchen trotzdem die Soße. Hast du Mixer? Ja, Mixer neben mir. Okay. So. In dir. Na ja. Das war ich noch für die Gäste. Für Johannes. Kann es sein, dass du hinten und vorne nicht fertig bist? Und was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht? Ich? Ja. Auf den Fenchel aufgepasst. Guck mal an, wie toll der aussieht. Was gibt es eigentlich? Die wartet. Die wartet, ja. Chef? Jawohl. Kann man sich schicken? Wie immer. Wie immer? Ja, ich kann ja schicken. Die Küchen-Spaise machen wir ganz nett. Das ist schön. Das mag ich immer. Wenn man live sieht, wie gekocht wird. Oh, Freunde. Es ist gut. Es ist warm hier heute, ne? Wollt ihr ein Bier? Ja, ja. Gute Idee. Ich brauch ein Bier? Nein, nein, nein. Es hätte ja sein können, dass du aus Flaugensbrüten kein Bier trinkst. Habt ihr den probiert? Ich hab probiert. Sensationell. Wirklich? Habe ich zum ersten Mal gegessen? Kein Bier? Was machst du beim Wasser? Wasser. Was nimmst du? Irgendwas mit Zitronensaft? So. Jetzt geht's los. Das wäre ganz nett, eine heiße Zitrone. Mit einer blau Ingwer. Eins, zwei, drei, vier. Du nimmst ein Bier, ne? Das Wasser trinkt, trink ich nicht. Vier Bier, fünf Bier. Zander probierst du erst mal? Ja, ich häng hier gerade noch ein Päckchen, aber ich komm. Ich tu das nur schnell raus. Ein Rotbarsch ist doch ein toller Fisch. Das gibt's doch gar nicht. Das dreht man sich einmal weg und dann ist der Fisch schon wieder verputzt. Nein, ist nicht teuer. Hast du schon probiert? Nein, ich hab noch nicht probiert. Aber meine Meinung tut hier auch nichts zur Sache. Ich muss noch einzelne Komponenten vielleicht probieren. Ali hat probiert. Ich hab doch gleich noch ein Stück. Neuerdings ist euch meine Meinung manchmal auch wichtig. Wahrscheinlich, weil ihr das Gefühl habt, dass ich immer freundlicher bin. Ich wollte das nicht sagen. Irgendwas steckt da dahinter. Na ja, na ja. Da steckt irgendwas dahinter, irgendwas Gemeines. Ist dir aufgefallen, dass du neuerdings die Meinung vorgibst? Warte mal, wir machen da eine Portion drauf. Also ich lasse keinen Versuch ungenutzt, die anderen Leuten aufzudrängen. Aber das heißt ja nicht. Ja, das heißt ja auch deine Sendung. Guck mal, hast du das jetzt abgeflambierter, das Ding? Ne. Warum nicht? Hast du vergessen? Ne. Kann man machen, muss man nicht machen. Wieso flambieren? Ne, du wolltest doch hier den Alkohol abfackeln. Das habe ich doch vorher schon gemacht beim Anschwitzen. Hast du gemacht? Ja, ja. Aber nicht angebrannt, nur abgelöscht. Zack, ganz wegkochen lassen. Okay. Hier dieser Fond, das ist jetzt ganz wichtig. Das ist der Fischfond mit Fenchelsaft und ein bisschen Butter aufgemixst. Das ist super. Das ist ein Hammer. Und ist zu weit reduziert? Ist dir zu kraftig? Wir brauchen da gar nicht diskutieren. Was willst du denn da meckern? Das ist ein Gericht, das in sich extrem stimmig ist. Es ist übrigens nicht zu salzig. Der Fisch ist gar nicht zu salzig. Ich finde, die paraminierten Fenchelsamen ist der Hammer. Passt super dazu. Und übertönt den Fischgeschmack überhaupt gar nicht. Also hätte ich nicht gedacht, aber sehr gut. Ich finde ja diesen Sud hier unglaublich. Applaus! Der Fisch ist überhaupt gar nicht gesalzen. Das ist aber Absicht. Das Einzige, was ich zu bemängeln hätte, ich hätte ein bisschen Salz an dem Fisch dran. Ansonsten finde ich den Wahnsinn. Pass auf, ich sag dir, warum ich absichtlich keinen rangemacht habe. Weil das Salz, was er geklebt hat. Nee, ich finde grundsätzlich Salz mir zu viel. Und Salz entzieht auch. Und deswegen habe ich die anderen Komponenten, ich sag mal, relativ gut gewürzt. Brauchst du das noch hier? Ja, ja. Brauchst du noch? Ja, zum Trinken. Ach so, für die... Ja, können wir machen. Was ist da drin? Sag noch mal, was da drin ist. Fenchelsaft. Ich habe vorher Fenchel durch den Mixer den Saft abgegossen. Das ist unfassbar gut. Mit ein bisschen Fischfond reduziert. Ein kleines Stückchen Butter gemixt. Fertig. Das kann man ja zu Hause leicht machen. Ja, klar. Aber das ist unglaublich gut. Guck, wo ist mein Wasser? Ich will auch mitmachen. Kein Wasser. Hier ist mein Wasser. Hier, hier, hier. Wollen Sie mal? Jetzt aber. Geben Sie mal die Löffel weiter. Einfach weitergeben, weitergeben und einfach mal versuchen. Ja? Das ist der Hammer. Bei ihm hier schon öfter so... Ich finde ja... Johannes? Ich würde sie bis an die Grenze. Was redet ihr gerade? Wir haben uns gerade unterhalten, weil Johannes sagt, er nimmt sehr wenige Zeit. Da habe ich gesagt, ich würde sie immer bis an die Grenze. Das habe ich bei ihm schon rausgeschmeckt. Aber es heißt... Ich fand das genial. Eine ganz tolle Harmonie. Ohne diese ganze... Es wird viel übersalzt, finde ich. Also bei manchen Gerichten ist ja wichtig, dass da echt Pepp dahinter ist. Aber bei dem Gericht finde ich einfach, da ist der Rotwarsch der Hit. Und das und Fenchel. Und es ist Fenchel eben als Püree. Es ist sehr fein. Es ist fein, genau. Fein ist das richtige Wort. Dieses Gericht ist in sich so harmonisch abgestimmt, dass das Salz nicht fehlt. Ganz im Gegenteil. Und du würzt praktisch, du ergänzt Salz mit Gewürzen. Dieses karamellisierte Fenchel dazu. Fenchel super. Und der reduziert davon. Natürlich. Und der starker reduziert davon. Das ist ja schon so ein gewünschtes Geschmack. Der Sert ist auch schon fertig. Also wir bedanken uns sehr, sehr herzlich, Johannes. Das war... Ich mach mal schnell noch vier Portion. Bei wie viel Grad hast du denn drin gehabt? 140 Grad. Wie lange? Viertelstunde. Okay. So. Das einzige, was man im Zweifel bemängeln könnte, Johannes, ist, dass ein wenig Säure fehlte. Aber das tut auch nichts zur Sache. Das ist ein aufbauendes Menü. Das ist ein aufbauendes Menü. Wir danken sehr herzlich und freuen uns jetzt auf das Dessert. Und ich sag mal so, Stefan, die Messlatte liegt wirklich hoch. Ich weiß. Weil ich finde, wir haben heute auf ganz hohem Niveau gegessen. Oder, Ali? Ja, ja, ja. Wirklich genial. Wirklich genial. Einfach genial. Alles viel Gericht über den Kopf. Absolut. Aber ich bin mir sicher, Stefan hat auch ein volles Dessert für uns gemacht. Ich bin ganz ehrlich, ich muss euch ein Kompliment machen. Ich finde, wir haben lange nicht mehr so unglaublich gut gegessen wie heute Abend. Ja, 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 ja. Ganz ehrlich. Das war für mich ganz gut Kino. Super. Wirklich richtig lecker. Wirklich. Deswegen ging vorne bei der Booyabes los und zieht sich dann über die See-Teufel-Bäckchen durch. Bis zum Dessert. Das ist ein Kran-Eis mit Chili und Basilikum. So, Stefan, sag uns doch einmal bitte, was wir da haben. Wir haben Münze wieder voll. Alter, wir haben hier eine Kokos-Panna-Cotta. Also das muss man alles in Kombination probieren, weil es ist alles, es ist wenig Zucker dran. Gut. Finde ich sehr gut. Und ich habe auch ein bisschen Steffia noch mit dran gemacht, um den Zucker noch weiter zu reduzieren. Weil ich finde, in dem Fisch-Menü, es muss dazu passen. Weil wenn man das in der Reihenfolge isst, glaube ich, passt das gut. Und der Ananas-Felchelsalat mit dem Bananen-Safran-Eis, wo ein bisschen Chili und Basilikum auch dran ist. In Verbindung mit dem, wenn wir das alles mal auf einen löffeln, ist der Hammer. So. Was ist das? Das ist die Panna-Cotta. Die Kokos-Panna-Cotta. Genau, die Kokos-Panna-Cotta. Ich presse dir jetzt einfach mal vor, Alphons. Die Kokos-Panna-Cotta ist eine Wucht. Was erwartest du jetzt? Nein, du, du, entschuldige. Nein, 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 tu weiter, tu weiter. Ja, mehr habe ich noch nicht gekostet. Also ich finde die einfach von der ganzen... Ich habe alles schon gekostet. Was meinst du damit? Das ist einfach gut. Aber das ist definitiv das Langweiligste von alle drei. Nein, das ist durchgeregt. Nein, das ist das Langweiligste von alle drei. Nur in der Kombination. Die Kokos-Panna-Cotta ist das Langweiligste von alle drei. Aber... Und jetzt kommt die Kombination. Und jetzt kommt die Kombination. Momentan ist Bier noch ganz fein. Das Eis ist der Hammer. Das Eis hier. Gut, Fenchel und Ananas, das passt ja hervorragend zusammen. Und auch hier mit dem Eis. Ich bin sehr überrascht. Sehr witzig. Und wer... Also ich habe das ja wirklich probiert. Am Anfang gehe ich nur mit Limonensaft und Limonenabrieb den Salat zu machen. Da muss richtig Essig und richtig Öl dran. Und da habe ich jetzt wirklich weißen Balsamico reingekippt. Bestimmtes Vierfache noch wie Limone. Und normales Olivenöl. Und ich finde, das passt einmal frei. Also du hast... Schmeckt super. Andere machen es ja umgekehrt. Ja. Mit der Limone meinst du. Ja. Aber ich hoffe das. Ja. Ich brauche das gar nicht. Wir brauchen das Eis. Ja, ne? Super. Ist gut, ne? Meinst du, Alfons, das Eis, oder? Nein, ich habe gesagt, diese Ananas mit dem Fenchel und eben wie das abgeschmeckt hat, ist wirklich in sich stimmig. Eigentlich brauchst du das hier gar nicht. Alfons, das ist aus deinem Mund. Wahnsinn. Alexander, was sagst du? Das ist so grüßig. Super. Ich guck dir essen. Das nimmst du zum Neutralisieren. Das stimmt. Ja. Das nimmst du zum Neutralisieren. Habt ihr mir was übergelassen? Ja klar. Wo denn? Das Eis ist weg. Das ist dein Fisch fertig. Eis haben wir noch da. Eis haben wir noch da ohne Ende. Warte, ich hole noch ein Betzle. Ein Betzle. Das überraschende ist ganz klar natürlich. Die Kombination von Ananas und Fenchel. Aber ich finde das Eis halt so toll. Weil da ist ja auch ein bisschen Chili mit drin. Aber hast du mal zwei, drei Löffel genommen. Das ist perfekt ausbalanciert. Und ich bin ein großer Fan von Banane. Das muss ich sagen. Und dieses Eis. Ja? Im Eis. Es kommt drauf an. Ja, es kommt drauf an. Wenn du da nicht genügend Säure drin hast oder sowas, dann ist es so dumfig. Die Banane gibt ja Kraft. Ja, aber es ist auch schnell so dumpf, so muffig wie Alexander. Stefan, das ist mein Fenchel aus dem Garten. Dein Fenchel aus deinem Garten. Jawohl. Jetzt wird es erst schön. Ich finde ja, dass die Panna Cotta das Eis bräuchte. Die Panna Cotta? Ja, ja, ja. Machen wir zusammen. Jetzt machen wir Panna Cotta und Eis gemischt. Weil die Arme Luder von Panna Cotta liegt in diesem Glas drin. Und schaut. Normalerweise hätte ich sie ja gestürzt, aber ich trau mich nicht. Komm, trau dich. Entschuldigung. Entschuldigung. Die Qualle lebt noch. Jetzt passt es zum Fisch für mich. Jetzt ist es einfacher. Jetzt ist es ein Fisch für mich. Komm, noch irgendwas schönes Knubbeliges da oben drauf. Johannes, wie findest du das? Sexy. Sehr lecker. Sehr lecker. Sehr richtig gut. Und Fenchel, der Fenchel da drin ist wirklich klasse. Tolle Idee. Also alle Fenchelraffer nach vorne. Aber man kann auch drei Dessert raus machen. Einmal deinen Eis extra, einmal den Salat, einmal die Panna Cotta extra. Also ich finde, da kannst du drei Dessert raus machen. So ist es. Das Eis ganz alleine kannst du völlig als Dessert essen. Ja, aber wenn er das nur gemacht hätte, weißt du, die ersten fünf Minuten die Eiskundmasse hätte es laufen lassen, hätte sich die nächsten 60 Minuten hingelegt. Hat er ja eh schon. Hätte ich bei euch mehr probieren können. Ich war wirklich, ich bin seit 20 Minuten fertig. Ja, absolut. Und das ich. Ja. Wo ich nie zeitig werde. Also. Dann bedanken wir uns sehr, sehr herzlich. Ich fand das war eine sehr launige Runde. Und vor allen Dingen ganz wunderbar gegessen heute. Ich bedanke mich außerordentlich bei Alfons Schubeck, bei Johannes King, Steffen Marquardt. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Alexander Herrmann und bei Ali Günger-Möß. Das war's für heute. Jetzt die Kollegen von heute Nacht und am nächsten Freitag sehen wir uns wieder. Ja, wenn Sie würden. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Tschüss will ich. Jawohl. Jene Hansen – da sind die Nummer und glaube,oooo beiPorve parishionelles Geräusche in Schweine Walten